Ja, auch schon der Run hat 33 Minuten gedauert, das denkt man echt gar nicht mal. Wir nehmen, denke ich, mal noch ein Dings mit. Ganz kurz mal hier ein 5 Energie mitnehmen. Nochmal eine Obsidian-Kiste. Na, warum nicht? Ein blauer Bogen! Eingriff plus 5, naja gut. Das ist halt Schmutz, ne? Was soll man dazu sagen? Den hält 3 verlassenen Dungeon machen wir weiter. Ich habe alles 2 mal in grün oder grau. Das ist halt leider so. Ach, ekelhaft. Okay, danke. Krasse YouTuber-Spiel, finde ich noch cool. Danke. Was sehen wir? Elastische Wand, Seite im Pfeiler oder Diagonalfäiler? 1, 2 oder 3 in den Chat. 3, was war das gewesen? Kerker war irgendwie so. Willkommen zurück, Julia. Heldenwelt ändern. Wie meinst du das? Äh, Njudo? Das ist nicht mehr, achso, das meinst du. Ja, das hat gerade gemacht. 1, 1, 1, elastische Wand. Na, Judo, ab zur elastischen Wand. 3.000 kriegen wir jetzt auch als episches. Boah, verdammt nochmal. Knapp, knapp. So, schauen wir mal. Wellensystem mit improved Gegnern. Das wird nicht so einfach werden, denke ich. Na, schau mal. Dampfen, zwei Dinger reingerannt, ey. Ja, ne, mit elastische Wand, denke ich mal, wird man hier nicht weit kommen. Na, direkt und ohnehin gestorben, höchstwahrscheinlich. Da brauchst du tatsächlich einen guten Skinner, sonst kannst du dir, kann ich gleich eins sagen. Feuerspinne. Miss. Entschuldigen Sie bitte, Miss. Level 36, yay. Kann ich da mal was machen? Nice, kann ich, aber ich habe leider keine Münzen mehr. Kann ich also jetzt auch nicht machen, weil es kann ja sein, dass ich hier ein Dings bekomme. Naja, eigentlich auch nicht. Ein Händler. Ne, wir machen mal hier mal nachrüsten. Inspirieren. Danke für diese tollen Skill. Level 37 fürs nächste Upgrade. Wir machen hier noch einen Versuch für den, achso, verlassener Dungeon heißt das. Ich habe da einmal ein Dings vergessen. Verlassener Dungeon. Machen wir noch einen Try. Und wenn du ja am Anfang keinen guten Skill bekommst, dann kannst du dich eigentlich, wie gesagt, kannst du dich einsagen lassen. Okay, nächster Try. Wenigstens keine nervigen Blockaden hier. Ich denke, so ein Mehrfachschuss oder so ist hier einfach, brauchst du am Anfang. So ein Querschläger. Da hätte ich lieber Schildschutz nehmen sollen. Der Blitz macht ja kein Damage noch, oder kaum. Das ist eine ekelhafte Welt, ja. Letzte Dings, bevor wir Level Up bekommen. Dann wird gleich bestimmt direkt immer drin spawnen, um mich töten, na. Ah, ich kann mir schon vorstellen. Nein, doch nicht. Uh, 2 Level Up, das heißt 1000 Leben dazu. Ich nehme um die Musik damit. Angangsgeschwindigkeitsbewusst, ja, oder? Ich bin eher für den Angangsgeschwindigkeitsboost. Kapfluss habe ich halt schon. Ja. Na, wie ich es 1000 Leben, ist jetzt auch nicht viel. Critmeister, ich denke, ich würde auf Heilen gehen. Na ja. Ne, ich gucke mir keine Werbung hin. Ist aber nur nervig. Ich habe am nächsten wirklich Sinnvolles bekommen, ne. Also nichts, was mir wirklich hilft. Oder? Dach hat Hex wieder ich bekommen. Das ist zumindest mal ein bisschen hilfreicher. So, Alter, mal kurz einmal angreifen, dass sie auf jeden Fall vergiftet werden. Eine Ringenschrift rollen. Boing, boing, boing. Oh, nächste Gegner. Ha, Mist. Ich sehe halt Juxa. Das haben übrigens auch die Leute bemängelt, dass man den Joystick nicht ausblenden kann. Weil der stört die ganze Zeit da unten, ne. Na, kommt. Ich will mich nicht bewegen. Sollen wir dann mit einem Begleiter machen? Die Gegner töten. Wahrscheinlich steht das viel genau dahinter dem... Das sind zwei Viecher. Alter, wirklich dieses... Dieses Abenteuer ist gerade so nutzlos. Ich habe nur Scheißskills bisher bekommen. Also ich denke, GP-Boost werden wir benutzen mal. Aber es ist halt nicht sinnvolles. Es ist halt nicht sinnvolles, warum ich... Dass ich die nächsten Raum ein bisschen einfacher klären könnte. Muss auf G-Match... G-Match von Kollegen. Alles klar, so. Hau rein. Halb-PC-Gamer. Was halt eher so schön ist? Wow, Energie holen für den ganzen. Sehr sinnvoll. Ein Boss gehen, na, super. Dann kann ich mir... Ja, das ist auch sehr abschmatzen. Übertreibs halt. Ja, ist okay. 3,4 Dutch ist hintereinander, die kann ich nicht mehr ausweichen. Naja. Uh, so viele Rollen. Cool, Leute, cool. Wir haben echt eine ganze Menge geschafft heute in dem Stream. Wir haben noch neun Kisten mit Energie. So viel Energie kann ich ja nicht ausgeben. So lange gehen die Runs meistens. Okay. Ich würde sagen, ich mache ja an der Stelle erstmal ne Pause. War auf jeden Fall ein sehr schöner Stream gewesen, Leute. Danke fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich denke, nächste Woche wird es für ne Archos Stream. Da habe ich genug gefarmt. Wahrscheinlich wieder ein höheres Level. Das heißt, wir können wieder ordentlich Talente reinpushen. Und mal gucken, wie es dann weitergeht beim nächsten Mal. Haut da rein. Schönen Tag euch noch. Vielleicht gibt es heute auch noch mal im Stream. Mal gucken. Ciao, ciao.